Teilweise nicht. Ist doch kacke hier. ALTER! Was war da denn los? Nein! Du küsst dich mit der AFK, ey. Du küsst dich nur jetzt auf, ne? Ich glaub, Thorsten, die ärgert sich gerade. Ich glaub, du hast ihn kaputt gemacht. Ach ja. Na toll, Wilms. Das ist jetzt tot. Alter! Das war mein Body Shack, sorry. Boah, Wilms! Das macht er nämlich ständig, siehste? Das macht er nämlich ständig! Mann, wieso werde ich denn jetzt? Jetzt geh runter, Mann! Scheiße, hier. Da bist du da runtergefallen. Ey. Da war's ein bisschen traurig. Alter. Was denn los ist das nicht? Wenn ich hier nicht mit dem Nervenzusammenbruch rausgehe, dann weiß ich auch nicht. Hallo! Hallo! Zu kurz. Hallo! Zu kurz. Ich glaub, ich werde gehasst, aber ich liebe es, ey. Liebe hasst. Ach, Wilms. Ich kann man gar nicht hassen. Was? Oh Mann, wieso spring ich dir nochmal zur Kopf? Du sollst nicht lügen! Lügen haben kurze Beine, Paddy, siehste mal. Ich weiß, wieso ich so klein bin. Deswegen ist Paddy auch so klein. Ich weiß, wieso ich so klein bin. Naja, nun. Was, Paddy? Spring zusammen! Aua! Oh Gott. Ich bin runtergeschlagen worden. Hast du mich gehauen? Ich war unten. Wie soll ich dich denn hauen? Aber ich bin wirklich, ich bin aufgekommen oben und bin auf einmal Seite geflogen. Ich war unten. Ich bin nur dran vorbeigeflogen. Gott, ich glaub, das war trotzdem, ey. Da, ich war nicht mal so weit. Ich war so weit, ey. Ich hab vorher gekackt. Du hättest nicht einfach vorher gekackt, was? Ich hab vorher gekackt, Mensch. Weißt du, wieso hier manche Blöcke zu braun sind? Mann, ich hab vorher gekackt, ey. Nein, 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 nein. Eigentlich ist das kein Leben, aber ich konnte die Gülle-Rechnung nicht mehr bezahlen. Boah, Alter. Boah. Anna wollte dich verwerten. Scheiße, ich hätte heute ja auch kommen sollen. Alter, das ist doch alles zum Kotzen, ey. Das ist Paddy's schuld. Paddy mit ihrer Inkompetenz, ey. Naja, das weiß ich doch gar nicht. Das sagen sie alle. Sagen sie alle, denn sie sind doch schon wieder schwanger. Ach, schon wieder? Ja, schon wieder. Ja, schon wieder. Mensch. Das nicht. Ich hab doch schon fünf Kinder. Es kommt noch eins. Hast du das? Ich hab nichts gesagt. Was? Nein, das ist nicht. Bist du? Ach, da. Nein. Nein, das ist nicht. Ja, komm, 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 komm. Oh, ich schaff den Sprung nicht mehr. Was für ne Scheiße. Finde ich auch. Habe ich richtig einen rausgehauen, ey. Nein. Jetzt krieg ich ja keinen Boost, Alter. Oh, Alter. Das ist nicht der Spaß. Nein! Oh Gott! Ich schaff das nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Hier hinter mir. Warum schaffst du sie nicht? Weil mich ständig einen Wilms verfolgt. Wer... Ach, Mann! Paranoia, ey. Na, ist doch wahr. Ach komm, ey. Warum muss denn da ein Vierersprung kommen, ey? Ich hasse das. Ach, dieser Vierersprung, ey. Hast du immer noch diesen Sprung mit Speed? Schaff den einfach. Warum bist du eigentlich nur auf Paddy, ey? Wo hast du denn die ganze Zeit hin? Tja, ich springe extra an, wo du nicht springst. Oh, Paddy ist halt cooler. Paddy ist cooler. Damit ich in Ruhe springen kann. Ach so, ich stehe. Ja, natürlich ist Paddy cooler als Tossen. Paddy ist cooler. Machst du oder ich? Er schafft das natürlich. Ach komm, ey. Oh ja, klar. Diese gelbe Wurzel ist grüner als Pinkelhauser. Ich schaff den nicht mehr. Das ist so scheiße. Nicht haupten. Ich finde diesen Speed-Sprung danach ein bisschen assi. Der Speed-Sprung ist voll kräftig. Der Speed-Sprung ist voll kräftig. Der ist voll easy, ey. Was ist los mit euch? Ja, ich hab den jetzt auch bloß zweimal verkackt, aber... Komm, 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 komm! Oh, mein Mann. Oh, mein Mann. Wimse, ey. Oh, jetzt tut mir eine andere Idee. Hätt' halt echt was für die Uni machen sollen. Egal. Muss mal ganz kurz jemanden ermorden. Patti, was meinst du? Weiß ich nicht. Patti, los! Mach! Du machst das! Wie das aussah. Du machst das, du tot. Lass mich zurück. Hast du das nicht für die AFK, oder was? Ich schaff den Sprung einfach nicht. Wie machst du denn? Das ist... Nein. Hast du das nicht für die AFK, oder was? Weil ich was gemacht habe. Patti! Ich seh das! Mach gar nichts! Ich will doch nur den Sprung probieren, ja? Mehr will ich gar nicht. Jaaa! Hat Patti schon wieder gecheatet? Ja, Patti. Habe ich gar nicht. Patti, ey. Cheat doch mal nicht. Patti, du! Aber es cheaten wir auch alle, ey. Ist sowieso sicherlich gar nicht wahr. Ja, ich hab's geschafft. Nice, Patti. Mh, ja. Danke, danke, danke. Oh, dann verkack ich dort auch. Oh, Tassi, du bist übel weit, ne? Nice, Tassi. Mann, ey! Da ist runtergefallen. Na, was geht? So ein Scheiß, ey. Immer wieder schön. Immer wieder schön mit Tassi zu spielen. Ja, ja. Warum werden wir jetzt eigentlich meine FPS angezeigt in Gamer? Ich hatte noch... Nee. Weil du Tassi nie bist. Das ist doch nicht mehr runtergefallen, Patti. Der muss echt mal der zu springen, ey. Ja, das ist echt ganz schön scheiße. Naja. Aber gut. Kleinen Kindern das beizubringen ist nicht so einfach. Ach, Tassi, ey. Was machst du denn? Ich zeig dich noch ein bisschen an, Inkompetenz. Ach, verdammt, ist der Viersprung. Tassi noch da? Was für ein Viersprung? Mann, der kommt hinten ganz weit hinten. Da, wo ich noch nie... Wo ich noch nie hinkommen werde. Weil einfach, wo es Inkompetenz sein und Tassi heißt. Ich heiße aber nicht Tassi. Nur Tassi heißt Tassi. Ich weiß. Ja. Im Paddy. Immer noch. Sei froh. Mann, wieso komme ich denn nicht da hin? Mann. Regt mich das auf. Ach, komm. Diese gelbe Brosse ist grün. Tassi, wo bist du? Tassi? Ach, hinter mich. Tassi redet nicht mehr mit uns. Ne, Tassi ist behindert. Alter, Tassi, du kannst, du hast ne Aufnahme an, du kannst nicht die ganze Zeit rumstehen immer. Tassi? Tassi ist da unten. Ja, der hat ne Aufnahme an, der kann nicht die ganze Zeit rumstehen. Jetzt ist er runtergefallen. Auf ominöse Art und Weise. Und bestimmt nicht durch meine Hand. Hast du runtergehauen? Tassi? Nein. Er ist runtergefallen, okay? Ne, mir ist gefallen. Tassi hat Spaß halt hier. Ach ja, schön. Schön, schön, Tassi. Tassi, schön. Ach Tassi, Alter, was ist denn los? Ich hab den nicht mal gehauen, die ganze Zeit jetzt mal. Was soll denn das? Du fällst aus wie so wieder vor mir runter, du bist dumm, ey. Dumm wie Kossen. Da würde ich nur ärgern. Dumm wie Kossen? Wie Kossen. Ach Tassi, das kostet doch nichts. Wieso sind ja eigentlich... Vor allem Wims, hast du dir mal hier oben diese weißen Teile angeguckt, die hier auf dem Berg sind? Das sind alles Penisse. Was? Ja. Das sind alles weißen Teile. Gibt's gesagt. Alter. Wie viel Spaß. Was ist denn was mit dir? Was ist denn was für die ganze Zeit? Tassi? Ja. Wie kann man denn auch noch bockig sein? Nein. Ach ja. Ach ja, Freunde. Wims Trollen macht einfach Spaß. Hehe. Deswegen sage ich einfach mal eine Weile nichts. Und da fallen würde. Ah, ich hab dir auch schlecht gelaut, ne? Ach man. Da hat was Hauer gemacht. Du kleine Notte, ey. Du hast nicht, Alter. Kann man reden mit uns, ey. Wirklich. Hat er ja. Er hat gesagt, du kleine Notte. Ja, wow. Ja. Eigentlich bin ich gar nicht bockig, aber ich hab jetzt grad mal Bock, bockig zu sein, ja? Einfach mal so zu tun, aber ja, mal gucken. Echt gut von Tassi heute? Hä? Was ist? Weiß ich nicht. Ne, Tassi ist nicht so der Typ dafür. Wims ist scheiße. Oh, Tassi. Hi, Tassi. Was geht? Alles klar? Tassi? Alter, was ist denn mit Tassi? Nee, so ist ja der schlechten Ping. Nein, ich glaub, der mag dich nicht mehr. Oh, ich hab's mal wieder geschafft. Oh, ist ja krass. Mann, bin ich cool. Oh, geht doch scheiße. Mensch, du bist so gut, Pedi, ey. Ich bin doch scheiße. Was machst du denn, du da um Wims? Du kannst hier ja mal auf K sein während der Aufnahme, ja? Ja, aber ich nehm ja nicht auf. Bist schon wieder auf K? Ey. Bin immer noch auf K, hätte besser gesagt. Ja, was machst du denn, ey? Geht doch nicht. Ah, Mann! Ach, Tassi, lass mich hier runtergehauen? Nein. Aha. Du mit deiner Gewalt. Weißt du? Du hast ja meinen Hau. Ausgleich die Gerechtigkeit von den 395 Malen, die du mich hier schon insgesamt runtergehauen hast, ja? Mindestens. Wenn nicht sogar 395. Hab ich nicht, ja, keine Ahnung. Hab ich nicht nachgezählt. Ja. Ja, Films. Ui. Bam, 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 bam. Sag nicht, weißt du, hier sind wir nämlich jetzt Haus, ja? Das ist sozusagen einmal, einmal wieder für Neu-Neu-Town. Oh, verdammt. Okay, gemacht. Äh. Das ist mal langsam hier. Ähm. Warte, ist das langsam? Das ist mal langsam hier. Wie, was ist das langsam? Wie, was ist das langsam? Gerechtigkeit, Mann! Du bist langsam. Gerechtigkeit, Alter! Ey, wirklich, weißt du? Weißt du? Ja, siehste mal. Weißt du? Ja, siehste. Weißt du? Ja, siehste mal. Alles klar. Haha, okay. Haha! Müssen die nicht mich fragen. Müssen die Trainer fragen. Was? Müssen die nicht mich fragen. Müssen die Trainer fragen. Alter, dieser Sprung, ey. Alter, dieser Tosny. So schlecht im Spiel. Wirklich. Alter, Tosny. Du fragst es sowieso. Ja. Du warst auf... Du cheatest, ey. Wann du cheatest? Ne, ist doch wahr, ey. Ja, was cheat ich denn, ja? Ja, alles. Dein ganzes Leben ist gecheatet, ey. Deine Mutti ist gecheatet, ey. Deine Mutti hat, hat schon, äh, damals, ja, bei deiner Geburt, hat sie gleich eingegeben, ja, Cheating hier, damit es schneller geht. Ist echt Game-Mode, ey. Damit, äh, damit es nicht so lange dauert, das rauspressen, ja, und seitdem ist dein ganzes Leben gecheatet. So sieht's nämlich aus. Oh, das war der übelste Diss, den ich jemals gehört habe. Krass. Wow, ich bin schon fast, schon fast betroffen. Ach, ne, doch nicht. Ja, doch, du bist ja betroffen. Ich bin sicher um dich. Boah. Ach, du hast nie, weißt du? Ja. Du, Stenker ist hier, ja? Ich Stenker, ich Stenker, wer schlägt mich denn die ganze Zeit hier runter, ja? Wer hat denn die längere Faust? 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 Ja, das ist eine Abwahlung von, äh, die Faust, ja, die Faust, äh, der Minecraft-Puppe und, äh, den längeren Hebel, ja? Ah, okay. Alles klar. Du hast nie, ja, weißt du? Das will ich gar nicht wissen. Kannst du ja stolz sein, dass die längere Faust hast? Ich will gar nicht wissen, was er da mitmacht. Naja, und die ist auch ein bisschen gefährlicher als deine Minecraft-Faust. Und eckiger vor allem. Ah, dieser Faust. Boah. Was, was ist denn, was ist denn, Patti, was ist denn deine Minecraft-Faust? Ist die eckig oder rund? Na, ne, ne, ist schon alles gut. Na, ne, ne, ist schon alles gut. Na, ne, ne, ist schon alles gut. Na, ne, 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 ist schon alles gut. Was ist denn, bist du kurz gesprungen? Echt? Scheiße. Ich bin echt ein bisschen leidwürdig. Na, das passiert. Gut, ich meine, ich meine, ich hätte wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich allen gesprungen gegeben. Oh, ne Leiter. Hättest du's geschafft, hätte ich dir allen gesprungen gegeben. Weißt du ja selber. Aber. Ist ja in Ordnung, oder? Ja. Auch bei, du hast den viergesprungen geschafft, du bist so'n' Cheaterin. So'n' Cheaterin, ey, wirklich, ey. Alter, Heini hat dein Maul. Heini? Oh nein. Oh man, sie hat auch vibriert. Ah, nein! Ach, Durst. Du bist auf dem richtigen Block gewesen, du Fischkopf. Oh Mann, Patti. Oh Mann, Patti. Oh Mann, Patti. Wir gestorben, Patti. Bisschen scheiße gewesen. Bisschen scheiße gewesen.